Friedrich III. von Brandenburg-Bayreuth war Markgraf des fränkischen Fürstentums Bayreuth. Leben, Herkunft und Studienjahre Friedrich stammte aus der Verbindung des Markgrafen Georg Friedrich Kahl mit Dorothea. Tochter von Friedrich Ludwig von Schleswig-Holstein Sonderburg Beck und damit aus einer Nebenlinie der fränkischen Hohensäuren in Weferlingen. Markgraf Friedrich genoss eine umfassende Erziehung und Ausbildung und studierte acht Jahre an der kalvinistisch geprägten Genfer Universität. Genf war zu jenem Zeitpunkt eine europäische Bildungsmetropole in die Fürstenhäuser, die der reformierten Kirche wohlwollend gegenüberstanden. Ihre Kinder schickten, neben Friedrich hielten sich auch seine älteren Onkel Friedrich Ernst und Friedrich Christian in Genf auf. Der Geist war geprägt von Persönlichkeiten wie Jean Alphonse Torettini oder Jean Jacques Rousseau. Die Erziehung Friedrichs lag in den Händen des Hofmeisters Johann Georg Eckert, später war es Friedrich Karl Freiherr Feuth von Salzburg. Früh schloss sich Friedrich den Freimaurern an. Am 21. November 1730 brach er zu einer Bildungsreise, auf die ihn über Lyon nach Paris führte. Er reiste mit wenigen Personengefolge in einer Kutsche, begleitet von Reitern. Diese Reise ist durch eine erhaltene Reisekostenabrechnung sehr detailliert bei Müssl beschrieben. Auf der von seinem Hofmeister vorbereiteten Route konnte Friedrich künstlerische wie technische Errungenschaften kennenlernen und einen Eindruck von der französischen Kultur und der standesgemäßen Lebensart gewinnen. Friedrich widmete sich dem Erlernen der französischen Sprache und vervollkommnete sich im Flötenspiel, das er in der Heimat erlernt hatte. In Paris hatte er Flötenunterricht bei Michel Blavit, nahm an Theateraufführungen teil, besuchte zahlreiche Baudenkmäler und lernte verschiedene Kunsthandwerke kennen. Der dänische Botschafter führte ihn als einen Neffen der dänischen Königin in die Pariser Gesellschaft ein. In Versailles erweckten die Parklandschaften und die Wasserspiele sein Interesse. Sie dienten später als Vorbilder bei der Erweiterung der Bayreuther Eremitage. Seine Reise führte durch weitere Städte, in denen auch militärische Anlagen besichtigt wurden. In die österreichischen Niederlande und die nördlichen Niederlande. In Amsterdam nahm er an Gottesdiensten verschiedener Konfessionen und Religionen teil. Auf der Rückreise machte er Station in Düsseldorf und Frankfurt am Main. Eine Unterredung mit dem preußischen Legationsrat Luizzius fand wahrscheinlich bereits vorbereitend für die Verlobung mit Wilhelmine von Preußen statt. Am 18. Mai 1731 erreichte er, vermutlich erstmals in seinem Leben, seine künftige Residenz in Bayreuth. Heirat und Nachkommen Am 23. Mai 1731 reiste Friedrich über Hof und Leipzig weiter nach Potsdam, wo er am 28. Mai eintraf. Der preußische König Friedrich Wilhelm I. und Königin Sophie Dorothea trafen Vorbereitungen, ihre älteste Tochter Wilhelmine zu verheiraten. Politische Erwägungen spielten dabei eine große Rolle und neben Friedrich standen noch andere Kandidaten zur Auswahl. Lange Zeit galt Prinz of Wales Friedrich Ludwig von Hannover als Verlobter der Prinzessin. Doch nach dem Fluchtversuch und Prozess des preußischen Kronprinzen Friedrich Friedrich II. von Preußen sprach der Vater Friedrich Wilhelm I. Von Preußen ein Machtwort und die sogenannte englische Heirat wurde et acta gelegt. Für Friedrich als Heiratskandidat sprach vor allen Dingen, dass mit dieser Heirat sein Land näher an Brandenburg-Preußen angebunden werden konnte. Am 30. November 1731 fand die Hochzeit statt, der noch etliche Verhandlungen zwischen den beiden Staaten vorausgegangen waren. Aus dieser Ehe ging die Tochter Elisabeth Friederike Sophie von Brandenburg-Bayreuth als einziges Kind hervor. Nach dem Tod Wilhelm I. 1758 heiratete Friedrich Sophie Caroline Marie von Braunschweig-Wolfenbüttel, Tochter von Karl I., und Philippine Charlotte von Preußen und Nichte seiner ersten Frau. Diese Ehe blieb kinderlos und aufgrund des fehlenden männlichen Ebben wurde sein Onkel Friedrich Christian sein Nachfolger. Regierungsgeschäfte Friedrich von Brandenburg-Bayreuth folgte seinem Vater Georg Friedrich Karl nach dessen Tod am 17. Mai 1735 nach. Er war jedoch hoffnungslos überfordert von seinen Aufgaben als Souverän, hatten sich doch der Vater und dessen Minister stets bemüht. Ihm von allen Regierungsangelegenheiten fernzuhalten, aus Sorge, Wilhelmine, die starke Persönlichkeit, könnte den schwachen und labilen Friedrich in ihrem Sinne und zum Nutzen von Preußen beeinflussen. Widerstandslos beugte er sich nun seinen Beratern und Wilhelmins Argumente prallten von ihm ab. Schließlich gelang es seiner Frau aber doch, Einfluss zu nehmen und ein junger Sekretär, Philipp L. Roth, wurde mit den finanziellen Geschäften beauftragt. Dieser stieg bald zum ersten Minister auf, entwirrte er doch das Dickicht von Korruptheit und Klölei unter Ministern und Beamten. Entdeckte Mängel der Finanzgebahrung, trieb alte Schulden ein und erschloss neue Einnahmequellen. Endlich wurde auch die Abharnage von Wilhelmine erhöht und von ihrem Mann erhielt sie das Lustschlösschen Eremitage geschenkt. Der sehr gebildete Markgraf zeigte sein Verständnis für Kunst und Wissenschaft unter anderem durch die Gründung der Markgräflichen Landesuniversität in Bayreuth im Jahr 1742, die ein Jahr später, 1743, nach Erlangen verlegt wurde. Er gründete 1756 die Bayreuther Kunstakademie und ließ von 1744 bis 1748 in Bayreuth das markgräfliche Opernhaus als reich ausgestattetes Barocktheater errichten. Unter seiner Regentschaft entstanden zahlreiche weitere repräsentative Bauten und Anlagen. Die Umgestaltung und Erweiterung der Eremitage mit dem Bau des neuen Eremitageschlosses mit Sonnentempel und das neue Stadtschloss mit Hofgarten. Nachdem das alte Schloss ausgebrannt war, das neue Schloss wurde nach dem Tod seiner ersten Frau um den sogenannten italienischen Bau erweitert. Markgraf Friedrich erfüllte auch militärische Aufgaben. Von seinem Schwiegervater erhielt er das Pommersche-Dragoner-Regiment an Spach Bayreuth übertragen. Später war er Generalfeldmarschall des Fränkischen Kreises und Chef des Fränkischen Kreis-Curassia-Regiments und darum bemüht, sein Land aus den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Österreich und Preußen herauszuhalten, was ihm auch gelang. Wenn auch während des Siebenjährigen Krieges nur mit großer Mühe. In seiner Regierungszeit fielen auch umfangreiche Vermittlungsversuche, hauptsächlich durch Wilhelmine veranlasst. Den Siebenjährigen Krieg zu beenden, er war ein aufgeklärter Fürst. Man nannte ihn zu Bayreuth auch den Vielgeliebten, da er auch beim einfachen Volk mit den Maßstäben seiner Zeit gemessen recht beliebt war. In seiner Residenz Bayreuth förderte er Wissenschaft und Kunst. Dem Markgrafen ist als Gründer der Erlanger Universität, der heutigen Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der Namensbestandteil Friedrich gewidmet. Beurteilungen der Bedeutung des Markgrafen fielen im 19. Jahrhundert aufgrund einer anhaltenden Begeisterung für Preußen und seiner Prominenterin, Frau Wilhelmine, nachteilig aus. Dazu beigetragen haben auch die Schilderungen in den Memoieren Wilhelm Mainz, die zum einen ihre subjektiven Eindrücke wortgewandt und kritisch überspitzt zum Ausdruck brachte und zum anderen auch das Gefälle zwischen dem aufstrebenden Preußen und dem eher provinziellen und stark verschuldeten Markgrafen aufwarf. Dagegen fiel ihre Schilderung der Persönlichkeit ihres Garten positiv aus. Den ersten Eindruck schildert Wilhelmine 1731 so, Dieser Fürst ist groß und von schönem Wuchs, er sieht vornehm aus, seine Züge sind weder regelmäßig noch schön, jedoch seine offene, einnehmende und sympathische Physenomie entschädigt ihn für mangelnde Schönheit, er schien sehr lebhaft, schlagfertig und keineswegs schüchtern. Bildergalerie. Punkt. 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 Punkt.